Also, wir teilen das wirklich auf, das ist ganz cool eigentlich. Das ist auch ne richtig ordentliche Menge, das... Also, ich hab schon 3... Ich hab 58. Mehr als 3 Stacks hab ich schon. Ich hab 3 Stacks 55. Hier rein. Guck mal, da unten glitscht so ein Magma-Ding. Hey, lol. Ich häng fest. Robotic left the game. Hey, jetzt glitsch ich nämlich nicht mehr. What? Lol, das war hier grad noch nicht. Ich hab hier nur eine Plattform... Naja. War das bei der auch noch nicht? Nee. Doch, bei mir war das schon. Sollst du das scheiß wieder runter? Ja, Johnny, warte, ich hab aber keinen Bock da Falsche anzukriegen. Ach, der war unnötig, der brauchst du sowieso nicht. Ach, springt mir alle vor die Klinge. Was, hier lang? Okay, geht mal da lang. Wir folgen. Ja, vielleicht bleiben wir jetzt alle zusammen. Sackgasse? Ja. Auch da? Hier geht's weiter. Von der Aussichtsplattform. Wir gehen ja im Endeffekt wieder ein bisschen zurück, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Mhm. Okay, hier ist definitiv Ende. Das? Okay, das heißt, das geht nur hier lang. Dieser Zombie-Man verfolgt uns. Manchmal sind diese Netafestungen dämlich aufgebaut. Warum? Die Spawn-Mechanics sind gar nicht verkackt oder so. Das ganze Spiel ist ja... Das ganze Spiel ist ja... Der ist wohl gar keine Rüstung an, am... Bein und Haupt... Bein und Haupt... Bein und Haupt hat er. Bein und... Ne, Haupt hab ich nicht. Bein und Oberkörper? Ach sch... Hast du ne Diamant-Ding drauf, oder? Ne. Doch. Da ist doch mal ein rotes Trikot zu sehen, Haupt. Nein. Na, ach so. Kopf. Okay, Haupt war jetzt für mich die Hauptrüstung. Also die Hauptrüstung. Irgendwie ist das blöd jetzt hier sich wieder hochzubauen. Wenn wir mal oben wieder aus der Festung rausgehen sollen. Hm. Irgendwie ist diese Festung hier eh ein bisschen doof. Was machen wir jetzt hier für'n Scheiß? Wir müssen mal ein paar Enderperlen kriegen. Ender-Eis-Craften und dann mal so einen richtigen schönen Stronghold. Was machen wir denn hier, ey? Geht doch wieder die normale Treppe, dann kommst du so nicht. Ja, die Strongholds sind aber bei uns in der normalen Welt. Ja, ich weiß. Oh, wie schon wieder Spacheln, ne? Ich auch. Ja, ich spende weniger, glaub ich. Hier war die Treppe. Hm, failed? Naja, für mich nicht. Nein! Ich hab'n Pigment angegriffen! Oh, yeah. Jungs, 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 Hilfe! Hoch geht's. Ich hab'n Pigment angegriffen, ich bin tot. Ich bin des Todes geweiht. Hier, Dennis, komm mal her! Sind wir alle des Todes geweiht oder nur du? Ich glaube, nur ich. Nur du. Dennis, komm mal her! Ich greif das Ding jetzt garantiert nicht an. Lass du mich mal hoch, Robert. Dann geh doch! Wollen wir jetzt alle Pigment angreifen? Nein! Nein! Komm, Robert. Wir verpissen uns mal mit unserem Staff. Von hinten kommt direkt eins. Komm, Jonathan. Wir verpissen uns mit dem Staff, bevor die... Ey, die Dinger... Wir lassen Robert mit seinem Schicksal deine... Robert willst du uns nicht den Sohn geben, den du hast? Hab' ich schon. Ach so, sehr gut. Ach so, sehr gut. Wo geht's nach Hause? Ich komm mal mit. Hier lang. Bin ich die jetzt für immer am Hals oder bin ich die irgendwann wieder los? Du bist die irgendwann wieder los. Für immer. Nee, das waren ja zwei vollkommen... Ich behalte die für immer jetzt. Ja, die muss nicht weiter. Ich behalte die wirklich für immer? Wir sind von unten gekommen. Ja, wir sind da weiter runter. Nee. Nein, du behältst die nicht für immer. Du behältst die nicht für immer. Ups. Wenn du aus dem Meter wieder draußen bist. Er ist links. Da ist ein Trails. Ich bin doch sowieso Ratz als Prügelkind. Denn es brennt aber auch. Boah, hier stehen vier von den Kuttern. Okay, geht weg, Jungs. Wenn die sich nicht angreifen, sind die zu weit weg. Dann kann die Karosneider dich nicht attackieren. Das wäre für dich natürlich Legende, aber... Die reagieren nicht auf dich, Robert. Die wären schon lange bei dir. Geh mal auf Knurrelkurs, bitte. Geh mal auf Knurrelkurs. Ich möchte wissen. Die müssten eigentlich schon lange reagiert haben. Ja, die sind zu weit weg. Der reagiert gar nicht. Ja, die sind zu weit weg. Nice. Da taucht er wieder aus Versehen, halt. Ich hab mich so erschrocken, als er um die Ecke kam, ne? Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Skiller. Skiller hat drüber gesprungen. Lacker. Na, wer ist erster? Wer ist erster? Boah, jetzt braucht er ein bisschen, bis die Dinger wieder packen. Er ist so gay. Weißtens, alle beschweren sich über die Bahn, aber keiner ist... Mal irgendwie annähernd darin interessiert, das mal richtig zu bauen. So, beschwert sich doch keiner drüber. Wer zieht denn über die Bahn beschwert? Ich. Täglich. Im Endeffekt jede Fahrt. Ey, guck mal, da ist wieder ein Creeper auf unserem Berg. Warte, ich mach das, ich mach das. Ich mach das jetzt Dennis-Style. Fick dich! Nebenstellen und warten. Warte, ich muss kurz mein Inventor aufrunden. Nein! Federn gehören dahin. Jungen, diese zwei Schläge auf den Creeper sind ja so nice. Aber mir gefällt das mit dem Weg hier nicht. Naja. Ich hab hier Scharfenes 1 und noch weg. Mit dem Schwert. Ich hab hier Scharfenes 3 und der haut Horst hin weg. Wollen wir auch diese scheiß Ziegel abteilen? Äh... Ich hab sie dir einfach mal gegeben. Ich hab, hier komm mal her, ich geb dir auch mal... Erteilt mal lieber alles. Mamma mia. So mehr hatte ich nicht. Uuuh! Nein! Meine Eier! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ... So ne kleiner Revenge. Das ist ein Zombie vor der Haustür. Nein Da ist noch ganz viel drin Ich weiß Oh cool das ist sehr interessant Ey Ja ey Machst du richtig hier Guck doch alter Hallo Ich hab noch 5 Pilze Einmal für Jonathan Einmal für Einmal für Robert 64 Erstmal So 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Das passt perfekt 1 2 3 1 2 Muss ich die jetzt kriegen? Hä? Was habt ihr jetzt gemacht? Ich hab jetzt 64 und einmal 32 So Robert wieviel hast du? Einmal 64 Und sonst nichts? Nö Wieviel hast du gekriegt? Jetzt hab ich 2x64 Und du Geronatan? Leute wer bringt hier nicht alles andere Ich hab jetzt 2x64 und einmal 16 Ich auch Einmal 64 und einmal 16 Mach ich mir bei mir kurz mal auch so Da ist was ins Haus rein Ähm Das ist natürlich alles dämt Dann kann ich hier nochmal Boah ich Ich muss mal kurz ein Taschenrechner Warum geben wir das ein Oh mein Gott Johnny warum geben wir das dem mathematischen Genie ey Hätt's direkt du machen können Ähm Hätt ich ja noch besser eingekriegt 16 plus 4 16 plus 16 16 plus 16 geteilt durch 3 Dann bekommt noch jeder 51 von euch Juuuuh Äh First me Johnny geh weg Wie zeig ich das jetzt auf? 51? Das ist vorne 5 und 9 Jetzt kriegt der aber die durchs Straf weg Das ist ein 3 Was? Das war ein 3 Ach ne Das ist plus 48 Jaja Passt schon So jetzt sag an hier Wie flert jetzt jeder? Ich hab jetzt 3x16 Äh 3x64 und einmal 3 Ich hab 2x64 und einmal 51 Weil ich aber auch schon viel leicht schon hab Gut ich sag dir nicht zu dass ich jetzt nur 2x64 hab aber ich bin damit zufrieden Ich hab ja hier schon alles voller Lightzone Ist in Ordnung oder? Kannst du mir jetzt mal nochmal äh was mit den Steinen und Ziegeln und so? Achso Ich brauch noch n Eigentlich brauch einfach nur vielleicht 1x64 ähm Nether Äh nicht Netherbrick sondern Ja Da bin ich zufrieden Den anderen scheiß bei mir Was noch an mir? Ich hab auch was abgegeben Dann nimm du Was? Pack Pack und friss Okay Danke Danke Wundertan Boah den brauch ich eigentlich aber okay Nimm's dir Vielleicht fällt hier was klein Nimm mich Äh die die äh die Ruten gib mir den mal eben Ich basste uns noch was draus Okay Juhu endlich können wir mal vernünftig unsere Hose Ah dann hab ich ja auch Hab ich ja auch gekriegt Was ist denn Goldenergelf was mach ich denn damit? Äh das kannst du Goldengels braten Wenn du lustig bist Wenn du lustig bist Also wie normales äh Gold aus den Farmen Was willst du hier machen? Glas drum komplett? Glasdach? So komplett drüber So auf die Höhe würde das auch mit dem Holz abschließen da Wie meinst du auf welcher Höhe? Auf dem Auf dem Auf dem Wenn das das Holz schließt ab mit der Höhe Ja nicht ganz Nein Von der Erde Ne Von der Erde? Nein Ein Einzug Wobei doch von der Erde Äh Ja doch 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 Ja das mach ich nicht mal Dann macht er oben mal den Zaun weg Auf der höchsten Ebene Ich hab grad keine Axt Äh ich mach meine Leuchtung Ich hätte mein Haus an einem Berg bauen sollen Dann könnte ich mir jetzt einen schönen Lichtschalter basteln Wen interessiert's? Keine Sau Baut man denn Lampen? Denn jetzt bei dir muss noch ein Leuchtsturm da rein Kannst den mal eben machen Ne Lampe baust du Redstone in die Mitte Und Leuchtsturm komplett drumrum Meine ich Hier schwimmt irgendwas Ach das sind die Hühner Ah Was? Was mit dem Weg hier denn jetzt? Irgendwie sieht das mega scheiße aus Wenn ich da gleich ein Duster draufbauer Und lass mal die Zäune dann auf dem Niveau Wenn jemand eine Gehast hier braucht Ich hab eine Außerdem muss das hier auch noch weg Die Zäune da Aber das kann ruhig hier bleiben Nee das sieht scheiße aus finde Aber woher jetzt geht es Wenn ich da gleich Der Zaun muss Der Zaun muss auf der Höhe da auch noch Nee wobei weiß ich nicht Werden wir gleich sehen Ich hole mir jetzt einfach ein bisschen Glas Hast du noch Glas Dennis? Nicht mehr viel Aber kannst du dir das nehmen was drin ist Na dann Glaub ich in der zweiten Kist oder so Oder bist du jetzt bei dir im Haus Bis bei mir Soll ich dir was durch mit meinem Glas kleben? Glowstone außen rum Und Redstone in der Mitte ist keine Dampel Dann mach mal das Glowstone Pulver außen rum Habe ich jetzt nicht mehr was kurz Danach Ja wieso war das aber meine ich Hallo Ja alles gut Ich mein Johnny Da etwas raus kommt Ob heute Johnny was raus kommt weiß ich nicht Heiße Luft Johnny Hä? Hörst du ihn noch? Ne Tat Vielleicht ist das jetzt die Familie oder sowas Irgendwas Keine Ahnung Nee der ist geknackt Der steht auch unbewegt unten drin Ja ich such gerade den Scheiß mit dem Dampeln raum Versuch doch mal mit dem Pulver Ja ich hab kein Pulver gerade aber ich guck gerade mal Kannst doch Pulver Ja Also mehr Glas hatte ich nicht mehr abgebrodert Was hast du zwingen getan? Angebaut Wahrscheinlich eine Reihe Also du Glowstone in der Mitte und Redstone außen rum Ne Ja hat er doch gesagt gerade am Ende Ja Ganz am Schluss Hätte ich nicht zugehört das tut mir leid Wie immer Das ist entweder ein Glowstone oder ein Redstone gewesen Glowstone Naja Aber wirklicher Glowstone und kein Pulver? Ja Ok Weiß ich auch noch wieder Bescheid Boah Junge Ja Ja ich sag mal so Glas mäßig bin ich nicht mehr komplett auf der Höhe If you know what I mean If you know what I mean Ey wer ist in deinem Haus? Ich nicht Dennis ich töte dich Hat er wieder